Heute 19 Uhr wieder auf Frequent Traveler TV für euch die neuesten News aus der Welt der Meilen der Punkte und des Status. Die frisch gepresste Folge hat unter anderem folgende Themen. Global Airlines haben sich anscheinend bis zu vier A380er gesichert, also da passiert wirklich noch 2024 etwas. Streik am Flughafen Genf, da passiert nichts. Bei Airbus rechnet man, dass dort etwas mehr passiert. Die 330er sollen irgendwie abheben, also quasi in der Zahl, die hergestellt werden, also auch eine interessante und spannende Geschichte. Virgin Atlantic gibt Meilenbonus beim Punktekauf bis zum 31. Juli. Dann haben wir noch einen Reminder-Service und zwar einmal für Marriott Punktebuy und Punktekauf, wie es auf Deutsch heißt. Dann geht es weiter mit Boomerang, da solltet ihr auch noch heute handeln und natürlich mit Lufthansa, Meids und Payback-Punkten. Da gibt es auch Handlungsbedarf. Wer dann sagt, ich warte auf den Dealzone-Deal, der kann natürlich auf einen Deal gespannt sein. Der geht mit Etihad von Dublin aus zum Beispiel nach Male und Colombo und Oder. Ab 1.666 Euro ein teuflischer Preis. Ich freue mich euch heute Abend auf Frequent Traveller TV zu sehen. 19 Uhr Berliner Zeit. Täglich für euch die frisch gepressten Folgen von Frequent Traveller TV. Mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem mehr Status. Wenn ihr Fragen habt, hier oben melden. Also, bis dann. Ciao, ciao.